Wie war es früher mit Ihren Rückenschmerzen, morgens nach dem Aufwachen? Also ich hatte regelmäßig morgens nach dem Aufwachen immer Rückenschmerzen und ich wusste immer nicht, woher das kam, weil ich ja schon ewig auch da auf dieser Matratze lag. Es tat alles weh, vor allen Dingen die Hüfte. Es war furchtbar, ich bin morgens aufgestanden, ich war gerädert, ich war hundebüde, es war furchtbar. Ich hatte immer Rückenschmerzen und Nackenschmerzen. Und wie war es früher mit Ihrer Schlafzufriedenheit? Also dadurch, weil ich auch immer diese Rückenschmerzen hatte, habe ich auch immer nicht viel geschlafen, dann bin ich nachts aufgewacht. Ein, zweimal die Nacht war man wach, weil man ja eben halt nicht sehr gut gelegen hat. Ich war einfach immer unzufrieden und hatte dann auch oft schlechte Laune, weil ich eben so schlecht geschlafen habe und weil ich gar nicht richtig in die Tiefschlafphase gekommen bin. Und wie ist es jetzt mit Ihren Rückenschmerzen am Morgen, seitdem Sie auf Latteflex schlafen? Ja, also die Hüftschmerzen sind weg, die Rückenschmerzen sind auch weg. Also ich bin ausgeruht, manchmal schlafe ich auch bis halb zwölf, da regt sich mein Bandschmerz. Es ist fast alles in Ordnung, ab und zu tut es nochmal weh, aber im Großen und Ganzen ist alles super. Ich schlafe gut. Morgens ist es gut, also es hat sich wesentlich gebessert, noch ein paar Tage Eingewöhnungszeit. Ich schlafe wunderbar, Rückenschmerzen weg. So gut wie gar keine Rückenschmerzen mehr. Ich gehe wieder gerne ins Bett. Es wurde direkt schon zu Beginn besser als vorher, viel besser. Also direkt die erste Nacht, die ich auf Latteflex geschlafen habe, am nächsten Morgen fühlte ich mich wirklich wie neu geboren. Also nach dem einen Monat, ich war ein ganz neuer Mensch, also mein Körpergefühl war ganz neu. Toll. Ich habe die erste Nacht in diesem Latteflex-Wettensystem geschlafen und am zweiten Tag morgens, das hört sich richtig unglaubwürdig schon an, das weiß ich auch, aber meine Rückenschmerzen sind weg seitdem. Ja, gleich von der ersten Nacht an war das gut. Direkt nach der ersten Nacht habe ich gesagt, ich will nie wieder auf was anderem schlafen müssen als auf Latteflex. Prima, ich freue mich abends in mein Bett zu gehen. Also ich habe jetzt häufiger das Gefühl, ich habe eigentlich lange genug geschlafen. Meine Frau sagt, seitdem ich die Matratze jetzt habe unbenutzt, komme ich aus dem Bett schon gar nicht mehr raus. Das sagt ja schon was aus da. Man schläft wie im siebten Himmel, wie richtig, ja, wie auf Wolken so. Also ganz toll finde ich das. Ich schlafe auch jetzt mehrere Stunden an einem Stück durch. Ich bin morgens viel besser aus dem Bett gekommen als früher, weil ich einfach viel fitter war. Ich bin wieder voll zufrieden. Das Liegegefühl auf Latteflex ist absolut göttlich. Da gibt es kein anderes Wort für. Ich schlafe auch schneller ein wie früher. Früher habe ich mich immer so drei Stunden hin und her gewälzt, bis ich endlich eingeschlafen bin. Und jetzt schlafe ich relativ schnell ein. Es ist so ein angenehmes Gefühl. Jetzt merke ich ja so, wenn ich mich hinlege, dass sich das so, also mir anpasst, die Matratze, wenn ich mich nicht der Matratze anpassen muss. Ich habe also seit, ich weiß nicht, seit Jahren, zig, zehn, zwanzig Jahre nur auf der Seite geschlafen, weil es auf dem Rücken nicht ging. Und jetzt schlafe ich fast nur noch auf dem Rücken. Hätte ich nie erwartet. Ich liege da drin wie auf Wolke sieben. Das Besondere ist, dass ich ganz einfach wirklich gut schlafen kann. Obwohl es so schön weich ist, ist es trotzdem so, dass der Rücken unterstützt wird. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man da drauf liegt. Man liegt da drin, das ist alles so irgendwie ergonomisch, das passt sich alles an. Keine Probleme mehr, nichts zwickt mehr, gar nichts. Latteflex ist für meinen Rücken wie der Himmel auf Erden, müsste ich sagen. So ist es wirklich. Auf Wölkchen schlafen. Wie pure Erholung. Man kann es nicht beschreiben, man muss es erlebt haben.